Hier waren die Riesenreiter mal offen und mittlerweile sitzt man halt in so einem Glaskäfig drin. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem ein bisschen was von der schönen Umgebung sehen. So Leute, ich bin auf der Amor-Bahn. Da wurde es früher immer schwer drauf zu tun. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Ich stehe hier in Neuwied bzw. in Hettesdorf auf der Kirmeswiese und im Hintergrund seht ihr schon da ein Riesenrad. Da ist heute der letzte Tag der Hettesdorfer Pfingstkirmes. Das ist eine ziemlich traditionsreiche und ich glaube die größte Kirmes am Mittelrhein. Und da ich ja in Hettesdorf aufgewachsen bin und in Neuwied geboren bin, habe ich es echt noch geschafft, jetzt hier zwischen der Früh- und der Spätschicht mal jetzt hier noch hinzulaufen. Es ist ein bisschen laut hier, weil ich direkt hier an der Straße stehe, aber das wird auch noch lauter nachher. Ja, ich habe mir gedacht, da ich ja jetzt meine Urlaubsphase beendet habe, jetzt wieder am Arbeiten bin, habe ich echt Probleme, meine Vlogs zu filmen. Und da kommt mir hier natürlich die Kirmes mal recht und ich wollte sowieso mal drüber laufen. Hier soll nämlich zum Beispiel das größte mobile zusammengebaute Karussell der Welt sein, was auch immer das ist. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Ja, ich würde mal sagen, ich packe euch mal wieder ein und dann gehen wir über den Kirmesplatz und dann erzähle ich euch zwischendurch immer noch ein bisschen was. So bin ich ja schließlich hier aufgewachsen als Kind mit der Kirmes und das war echt ein Riesending. Die ist auch immer noch groß, allerdings hat Hettesdorf ein kleines strukturelles Problem. Die Kultur ist noch da, die Pfingstreiter zum Beispiel sind noch da, aber es gibt zum Beispiel überhaupt keine Kneipen mehr in Hettesdorf, wo auch früher viel Kirmes drin stattgefunden hat. Ein anderes Thema, ja, da gibt es dann halt jetzt noch ein Bierbrunnen, Norbergspank, da gehe ich vielleicht auch gleich mal vorbei. Und ich hoffe, dass es nicht anfängt zu regnen, denn es ist doch ganz schön bedeckt. Und will ich daher natürlich ein bisschen im Dunkeln filmen, dann gucken wir mal, ob wir ein paar schöne Bilder für euch zusammen filmen. Bis zum nächsten Mal. 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 bei weit wärmen. Auch heute auch wieder zu filmen. Ich hab echt viel Stress mit Golf Arbeit und irgendwelchen anderen Terminen. Da würde ich sagen, macht's gut, hat's gut. Gute Nacht aus Neuwied. Bis nächste Woche. haut rein und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.